Die World Press-Fotoausstellung zeigt die besten Pressefotos des Jahres. Die Themen des größten und renommiertesten Wettbewerbs für Pressefotografie sind dabei vielfältig und zeigen die Lebensrealitäten von Menschen auf der ganzen Welt. Die Ausstellung gewährt Einblicke in gesellschaftliche und persönliche Konflikte und bietet einen Rückblick auf wichtige, nachrichtenbezogene Ereignisse des vergangenen Jahres. Auf ihre Reise um die Welt macht die Ausstellung momentan Station in der Stadthalle Balingen. Hier ist die Ausstellung noch bis zum 13. August zu sehen.